Heute stelle ich euch meine Prognose für 2023 vor. Ich erkläre euch, worauf es dieses Jahr wirklich ankommt. 2023 bereitet mir schweres Kopfzerbrechen. Ich habe mich mega schwer mit der Prognose hier getan. Warum das so ist, erkläre ich dir gleich. Vorher habe ich noch einen Tipp für dich. Wenn du dieses Jahr an der Börse durchstarten möchtest, kannst du dir bei Scalable Capital 100 Euro Startbonus sichern. Dafür musst du den Prime-Tarif abschließen und zwei Bedingungen erfüllen. Du kannst dann für 0 Euro Orderkosten, Aktien und ETFs handeln. Außerdem sind alle Sparpläne gebührenfrei. Der Broker eignet sich also für Trader und auch für langfristige Anleger. Du hast doch keinen Broker oder zahlst du teure Gebühren? Dann schau dir Scalable unbedingt an. Den Link findest du unten im ersten Kommentar. Ich stecke in einer Zwickmühle. Die Wirtschaft bröckelt an allen Ecken und Enden. Europa, USA und sogar China schlittern allesamt in eine Rezession rein. Michael Burry hat vor ein paar Tagen einen spannenden Tweet rausgehauen. Er erwartet, dass die Inflation die nächsten Monate über runter geht. Das ist super. Also Bullenmarkt voraus? Nein. Am Börsenhimmel ziehen Bärenwolken auf. Die US-Wirtschaft wird laut Burry in eine Rezession stürzen. Was machen dann die ganzen Politiker und Entscheider da oben, um dem entgegenzuwirken? Na was wohl? Sie schauen sich die sinkende Inflationsrate an und denken sich, Hm, den Leuten geht es schlechter, aber die Inflation ist ja wieder runter. Wenn es nur wieder ein bisschen steigt, ist ja alles halb so wild. Also machen wir das, was wir vorher die ganze Zeit über getan haben. Und was genau ist das? Easy. Die FED senkt die Zinsen und die Regierung kurbelt die Wirtschaft mit frischer Kohle an. Diese Maßnahmen werden die Inflation wieder nach oben hauen und wir stehen genauso schlecht wie 2022 da. Das ist Burrys Bärens Szenario. Er glaubt weiterhin an einen großen Börsencrash und ist entsprechend defensiv positioniert. Es gibt einen extrem starken Indikator, der leider für den Crash spricht und das ist die US-Zinskurve. Dieser Indikator gilt als König der Frühwarnindikatoren. Sende die Zinskurve ein Warnzeichen, kriegen die wichtigsten Ökonomen unserer Welt Schnappatmung. Das Warnzeichen nennt sich invertierte Zinskurve. Das heißt, die kürzeren Anleihen bringen mehr Zinsen als längere. Es werden gewöhnlich die 10-Jährigen mit den 2-Jährigen US-Anleihen verglichen. Je tiefer die Kurve, desto mehr Zinsen gibt es für kürzere Anleihen. Halte dich jetzt ganz stark fest. Zuletzt stand die Zinskurve im September 1981 so tief. Das war vor 42 Jahren. Es gibt noch viele weitere Indikatoren, die für eine Rezession sprechen. Der S&P 500 hat derzeit ein KGV 25 herum. Das ist deutlich niedriger als vor einem Jahr. Der Median liegt jedoch bei 15. Es gibt also noch weiteres Abwärtspotenzial. Ich könnte dir noch eine ganze Lawine an solchen Statistiken hinklatschen. Sie schreien alle förmlich nach Rezession. Und genau hier liegt meine Zwickmühle. Alle Influencer, Börsenexperten und Aktionäre schreien Rezession 2023. Es steht gar nicht zur Debatte, ob die Krise wirklich kommt. Die Börsianer glauben alle felsenfessen einen Crash. Und was passiert dann in solchen Momenten? Run. Ich stecke nun in eine Zwickmühle. Die Statistiken auf einer Seite sprechen für eine Rezession, das Sentiment auf der anderen Seite für steigende Kurse. Ich bewerte die Anlegerstimmung immer als Kontraindikator. Wenn viele Leute positiv drauf sind, ist das schlecht. Die Euphorie ist übertrieben und man sollte seine Zockerwerte so langsam verkaufen. Heulen alle Anleger hingegen herum, ist das sehr oft ein starker Einstiegszeitpunkt. Um die Stimmung zu messen, nutze ich Sentimentindikatoren. Die wöchentliche Umfrage der American Association of Individual Investors wird international stark beachtet. Dieser Indikator zeigt aktuell verdammt viele Bären. So viele Bären gab es zuletzt zur Finanzkrise. Parallel sind die Bullen eine nahezu ausgestorbenes Spezies. Bei der schlechten Stimmung könnte man meinen, dass die Märkte komplett abgestürzt wären. Sind sie aber nicht. In der Realität krebst der S&P 500 seit über einem halben Jahr herum. Mal steht er 5% höher, dann wieder 5% tiefer. Es ist aber schlicht und einfach seitwassig Gedümpel. Wir haben nun viele Puzzlestücke. Setzen wir die einzelnen Teile so zusammen, wie es am sinnvollsten ist. Und da komme ich auf diese Prognose. Ich sehe mittelfristig erstmals steigende Kurse. Da passt das bärische Sentiment und Burys Prognose wunderbar rein. Vielleicht gibt es sogar gute News aus der Ukraine. Das alles sollte das Börsenklima aufhellen und die Bullen magisch wieder auferstehen lassen. Und dann schlägt Burys Bären-Szenario mit steigender Inflation voll ein. Langfristig haben wir also seitwärtsgeschiebe. Was macht man in so einer verzwickten Lage? Ganz einfach. Sparplan. Langfristig orientierte Anleger sollten gezielt in Qualitätsaktien investieren, die eine schwere Rezession sehr wahrscheinlich überleben dürften. Das ist die meiner Meinung nach rationale Anlagestrategie für die aktuelle Situation. Deshalb investiere ich die Kohle, die ich jeden Monat übrig habe, in Aktien. Ich setze dabei auf Growth-Aktien. Die nächsten Wochen und Monate über möchte ich mir Papiere wie zum Beispiel Alphabet oder Meta gönnen. Wie glaubst du, wird sich die Börse 2023 entwickeln? Schreib mir deine Meinung und als Kommentar. Gib mir ein Like, um dir positives Börsenkarmer für 2023 zu sichern und denk dran.